ja ich habe ich weiß nicht ob ich es am anfang gesagt habe aber ich werde das projekt ziemlich lange durchführen denn es macht mir wie gesagt selber scheiße viel Spaß ist hier zu zocken und auch wenn es jetzt hier über über keine Ahnung wieviel folgen geht die beiden Mädchen mini so oh gott oh gott wieviel sind das bitte nicht schlagen nicht schlagen finde ich uncool so der ist gefangen dumm die dumm die dumm oh leu das hat ihm gar nicht so viel leben abgezogen das hat ihm bloß ein Schaden gemacht muss ich mich verarschen da muss ich sagen die sind wirklich nicht einfach weil die haben volle eisenrichtung also man merkt ja dass sie ziemlich viele schläge brauchen bis die down sind so so ist mein spinnennetz dann kann ich wieder ganz gedroht hier auf den zug schlagen so ich hoffe hier ist noch eine kiste nein hier ist nichts mehr ähm ich weiß schon gar nicht mehr wie man ein backpack craftet äh ich glaube hier waren wir noch nicht ich mache hier einfach mal so obwohl hier hat er sie nicht mehr so dann kommen den anderen weg ich auch mal gleich so der hat mich angegriffen wow sterb doch so das ist nehm das ist ein Bein ich mich verarschen ich fange mal mit einer an dann kommt die andere dann kommt der Zombie jetzt habe ich da reingeguckt ich wollte was essen so der Schwoll äh dann war es das hier auch da ist ein Zombie da war ich schon weil es da hell ist von da komme ich ich gehe erstmal nach rechts da ist nichts okay jetzt weiß ich jetzt schon dass die rechte da eine eine gefährliche truhe ist jetzt muss ich gucken was habe ich denn da drauf überhaupt da Oh, ich seh jetzt erst, dass ich eineinhalb lebe. Ich hab eineinhalb Leben. Oh, 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 erst mal was essen. Boah. Oh Gott, da schnimmelt einer. Was, die sind beide? Ne, nur die hintere. Okay. Ich finde es auch echt gut gemacht mit den Kisten. Ich weiß noch beim ersten Mal, wo ich... Oh. Wo ich auf so eine getroffen hab. Ich hab mich, glaub, riesig erschreckt. Na, wenn... Ist erklär, wenn du Hexe zum ersten Mal spielst, erwartest du aus sowas gar nicht. Von Hexe, also... Ah! Okay, das war... Hab ich mich jetzt wirklich erschreckt? Meine Fresse. Da schon auch noch eins drin. Vermachte ich eigentlich, dass ich so viele Bücher brauche. Frag mich nicht. Okay, das packt da durch. Da hinten sehe ich doch noch einen. Oh! Äh, also mit dem Bogen ist er anscheinend viel schneller da. Da ist ja nur einer. So. Okay, das ist auch eine echte. Was ist denn das da? Ach, du Scheiße. Okay. Aber, dann bin ich ja auch mal fertig. So. Fertig, fertig. Habe ich für den Abi bei dem noch Platz. So. Gehe ich einfach mal hier wieder raus. Also wir haben wieder spannende Sachen mit nach Hause genommen. Hm. Habe ich mal ganz kurz die Maus losgelassen. Okay. Überhaupt kein Leck. Oh, ich nehme mal. Alter, was ist denn jetzt los? Ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay. Okay. Alles nachgeguckt. Alter. Ah, warte, warte, warte. Ich habe doch eine Schaufel bekommen. Äh. Im Gelben ist es, glaube ich. Ja. Und tue ich einfach mal den Potion Stuff da rein. So. Dann hole ich mir nämlich das hier, was es auch immer ist. Äh, Copper, okay. Und soweit ich auch das Video gesehen habe, müssen, oder brauchen wir hier, oder brauche ich, diese, äh, Geißelcreen. Für die, äh, für die, äh, Jocobungs. Ähm, für die, äh, Jocobungs. Weil mit denen kann man fliegen. Ich habe gerade gedacht, das schlankt. Alter. Ich kriege ich schon Paranoia oder was. Alter. Fliegen, 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 fliegen. Äh, zu weit geflogen. Hier haben wir noch. Was ist denn das hier? Oh, ne, das ist ein Eingang zu einer Höhle. Oh, shit. Will ich, glaub, nicht rein. Was ist das denn? Eine Kirche? Einfach so? Oh. 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 Was ist denn das hier? Okay, in das große Haus gehen wir gleich. Was ist denn das hier? Ich will erst mal abchecken, was hier außenrum noch so ist. Jetzt kommt wieder kein Ton. Wow. Oh. 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 Alter, wieso backt es so? schüler sind da los ich meine ich meine festplatte voll diese sind zwei riesen häuser da hinten ist auch nur ein haus alter was ist denn das hier